So Leute, das ist Omar, 14 Jahre alt, der rappt euch alle tot, der fickt euch alle, 14 Jahre, der Brach hier kommt aus unserer Umgebung, hier aus Mainz, und jetzt zeigt euch einen kleinen Partier, ja? Checkt ihn ab. Chalas, vorbei. Feierabend. Okay. Okay, benutze Autotune, mach jetzt, schreibt dieser Junge, ist gerade frisch im Geschäft und mit 14 Jahren, sonst ist perfekt, meine Zahlen sind hyperbar, deine sind wack, aber noch kein hyperbar, das kommt mit der Zeit, der fremd uns bis mal zum die Mutter, die weint, denn sie weiß ganz genau, was für Faxen geschieben, in die Hölle gefallen, um nicht mehr zu kriegen, nicht mehr zu kriegen, weil sich Jungs von der Straße ins Böse verlieben und lassen, doch unsere Feinde beschießen, während die Jungs gerade trocken navigieren, die Wache ist unantastbar, also bitch please, beiseite du Kasper, die Jungs wissen, was ich tue, Okay.